Ja, genau! Hallo und herzlich willkommen von Ultimate Chicken Horsuch wieder mit Oberlappen und Janik. Hallo! Was geht Oberlappen 2? So, wie kommt man jetzt hier irgendwo hin? Du musst an den Wänden hochspringen. Ja, hallo! Du musst an den Wänden hochspringen, Janik, äh Kevin. Ist doch... Ähm... Äh, das Level ist zufällig unmöglich. So, wir machen wieder überhaupt nichts Brutales. Was ist das für ein Geräusch bei mir? Egal! Boah, diese Mucke, ne? So richtige Actionfilmmucke. Na ja, nicht wirklich. Aber ich find sie nice. Hm, jetzt nimm die Münze für mich im Glück. Nimm natürlich die Münze. Ist doch klar! Ey, verbinde das mal mit diesem Ding, das kannst du machen. Äh, kein Bock. Ja. Ja, was? Boah, willst du mich jetzt verarschen? Nein, das ist doch nicht unmöglich. Der Wind. Das ist möglich. Oh, Gott. Ist das? Nee, das ist nicht möglich wegen dem Honig, oder? Ja, natürlich ist es... Oh, scheiße! Ja, Kevin, jetzt zeig mal, wie er das macht. Los! Ey, ist das möglich wegen dem Honig? Ich bin mir nicht sicher doch, lol. Oh! Also, oh... Und Kevin kann jetzt einfach gewinnen. Hahaha, lol. AHAHAHAHAHAHAHA Kevin, wenn du von 1 nur die Kurven nehmen würdest, dann wär ich stolz auf dich. Aber dir ist das irgendwie schlecht. Wartes Loch? Ich glaube, die haben jetzt den Bug behoben, dass zwei Leute dasselbe Items sich holen können. Ja, hier ist das womöglich. Nee, gar nicht. Nein, ich glaube, dafür hängt man ja dran. Scheiße, oh, ich lebe noch. Hä, wir bist da reingekommen. Ja, oben. Hä? Hier. Scheiße, jetzt fühlt sich gar nicht die Münze. Ach, nö, als ob da eine fleurig ein schwarzes Loch hinhart. Gut, aber ich gewinn das jetzt. Nice. Nein. Da kommt so los in die Münze. Ja, so läuft das gut. Ich so jetzt einfach irgendwas. Oh, jetzt hab ich schon irgendwas genommen, okay. Mal schauen, was es war. Oh, nee. Oh, es war so ein einmal singend. Ich hab die ganze Zeit von irgendjemandem angeschrieben. Äh, keine Ahnung, ob ich das Zeiteln tun soll. Entschaltet euch doch mal. Ist aber hier nicht. Irgendwo random. Ist sie gar nichts. Nee, ich hab einfach gar nichts in das Gesicht. Ja, shit. Egal, erstmal lang. Gut, man hat mich angeschrieben. Ähm. Gut, nochmal. Hi, hi, help me. Kannst du Cap, Finn, was fragen? Jude, hello, Janik. Hello, Janik. Hi. Okay, war's. Ja, was gibt's? Marvin will irgendwas. Ja, hey, wir gewandt werden. Kevin, wir warten. Ich muss überlegen. Musstest du eh nicht. So, machen wir das so. Wo bin ich denn? Warum hab ich das Ding jetzt nicht? Ja, weil du schon gesetzt hast. Ich hab nichts gesetzt. Doch, du hast... What the fuck, wie hab ich denn das gemacht? Das hab ich mich immer auch gefragt. Das ist für mich eben auch schon passiert. Als ob. Ja, geil. Ich mach mal ein bisschen Stress durch hier. Kevin, du kannst das eigentlich mega easy schaffen. Du darfst dann, ich hab diesen Teil, weil ich drauf gesprungen bin. Und jetzt spring drauf. Okay, Kevin, hab's eigentlich geschafft. Oh, shit. Ja, gut, ich hab jetzt nicht gesehen, dass das so ein Teil ist. Nein! Als ob. Aber du lebst noch, oder? Nö. Lo, du hast es geschafft. Doch. Looll. Ja, ich hab' mir das beschissene schwarze Loch hier zumachen. Ich hasse diese schwarze Löcher. Nichts gegen Sam, aber gut. Sam ist ja auch kein schwarzes Loch, oder? Er hat eins. Nein! Also, mit Größe geht draußen, nichts gegen dich, aber ich mag dich. Nein! Nein! Oh mein Gott! Ja, ja, ich... Komm, wir müssen ein bisschen Musik für Yannick anmachen. Besser als ob. Hat gut funktioniert, will ich mal sagen. Das hat mich gekillt, Mensch. Schatz. Meins. 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 Meins 04. Ey, ja, was noch schwieriger? Das ist doch voll einfach. Alter, was ist das? Nein! Nein, fast mit einer echten Fall, ne? Minecraft, die nimmt doch die Münze mit. Wo ist die Münze? Da drin, in diesem Teil, da. Halt die Fresse, ey. In diesem grauen Ding. Du kommst dir locker easy. Ich hab die Extra-Suppe positioniert, dass ich sie holen kann. Und ich bin direkt am Anfang runtergefallen. Das ist so richtig dumm. Ja! Ich bin plötzlich ein zweites Sieg, als ob. Ah! Und ich saß da einfach. What? Ich darf jetzt offiziell verkünden, dass dieses Level scheiße ist. Ich find das ganz cool. Ach, halt. Sagst du doch nur, weil du gerade richtig scheiße bist. Wo ist eigentlich das andere Portal? Es gibt keins. Oh, wow. Das war... Okay, ich vermess mal die Münze. Menschlich gestoppt. What the? Ich leb doch. Ich leb noch. Ich leb auch noch. Ich hab die Immobilie. Warum lebe denn ich nicht mehr? Ich lebe auch nicht mehr. Nee, nehm ich doch. Guck mal, wie ich das... Ich bin tot. Alter. Oh, jetzt hab ich das Lavier unmachbar gemacht. Und doch nicht mehr, kann ich jetzt bald schon Skitchi den neuen Weg nach oben eigentlich. Äh. Nee, ich hab's keinen. Ähm, kann ich da irgendwie drauf auf dieses Teil hier? Oh, tatsächlich. Huh, ja, ich schaff's eigentlich, oder? Jetzt muss das... Oder? Ja, ich schon. Ja, lol. Ja, nice. Glück gehabt. Oh, es ist noch die Münze gebraucht. Nee. Ja, stimmt. Jetzt hätte ich noch die Münze holen müssen. Hab ich jetzt genommen? Jetzt warten wir auf Lukas. Ich krieg nur noch ne Münze und so ein Scheißding. Wer hat's geschafft von euch? Ich. Hast die Münze mitgenommen? Nee, da hab ich nicht dran gedacht. Ja, machen wir das so. Ähm, wie kann man das noch ein bisschen schwieriger machen? Weil das ist eigentlich gerade schon wieder zu einfach. Ach, halt die Fresse! Weil ich das Ding ja hier dran mache. Äh. Ja, man sieht sich immer erst nicht, ne? Das ist ein bisschen blöd. Äh. Oh! Ups. Nein! Jetzt kannst du aber Lukas schaffen. Alle, wie das Pferd aussieht. Ach, da kommt man drauf? Äh, lol. Ach, da fällt man rein. Ja, komm! Ja! Jetzt bekommst du denn, Comeback-Bonus. Ich hab ein, ich hab ein Pferd. Und, Comeback noch. Ja, bitte, danke. Ja, ich hab noch ne Falle. Jeder kann noch gewinnen. Bombe. Mike, boll auf dieses Becken im Schäft, Jungs. Immer die Bombe. Miau. 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 Alter, willst du mich verarschen? Ich hab einfach den Fehler gemacht. Ey, Kevin, du wirst das jetzt hinaus, damit der... Oh, er ist ja gar nicht erster. Hm, jetzt bleibt mir noch dieses doof Eis übrig. Ups, hab ich ja aus dem gesetzt. Kevin, das sieht irgendwie ververs aus. Ja, wahrscheinlich. Als ob du das einfach dran machst. Dann muss ich. Oh, du musst ja poppen. What the fuck? Oh, nee. Nein! Äh. Du lebst noch, oder? Du lebst noch. Nein! Ja, er lebt noch. Och, nein! Also, das kann immer noch jeder gewinnen. Ist noch alles offen. Ich hab mehr Gerage in meinem gesamten D- als... Was ist denn das da oben eigentlich? Ich hasse dich. Janik. Janik. Ey, warte mal. Kann man das so easy schaffen? Scheiße, das kann man voll easy schaffen. Ehe, du warte mal. Ne, doch nicht. Ich hab's gar nicht schwieriger. Hey, warte doch rechts. Geh doch rechts auf die Spand. Ja, hab ich nicht gesehen. Ich muss ja aber jetzt erst abwarten. Und jetzt. Genau. Oh, shit. Wo? Oh, was ist das für ein Scheiß? Ich warte noch, bis das Ziel kommt. Ja, nice. Und Solo. Und Falle. Du bist ultimative das Ding. Hä? Warum noch eine Runde? Ich habe gesagt, ich habe auch mal eine Runde gewonnen. Nicht noch eine Runde. Nächste Runde gewinnt Kevin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gut, Leute. Das war wahrscheinlich die einzigste Runde, die ich je gewonnen habe. Tschüss.